Eine Gruppe Frauen und eine Gruppe Männer fährt mit dem Zug und macht einen Ausflug. Und die Männer kaufen sich alle eine Vorkarten und die Frauen kaufen sich nur eine. Und die Männer sagen, na die werden zahlen, na die werden abbeißen. Ja und wie der Schaffner kommt, sagt der Frau, der Schaffner kommt. Und die Frauen rennen alle zum Zug-WC und quetschen sich da eine. Und die Männer zahlen alle ihr Vorkarten her und denken, jetzt sind sie aber gespannt. Und der Schaffner sieht, dass das Klo versperrt ist, klopft an und sagt, die Fahrkarte bitte. Und die Frauen schieben sie unter der Tür durch. Und beim Zurückfahren denken sie, die Männer, super, das machen wir auch. Voll witzig. Die Männer kaufen sich eine Fahrkarte, die Frauen kaufen sich gar keine. Denken sie, die Männer, wie machen die das jetzt, na bist du narrisch. Der Schaffner kommt, der Mann sagt, hey, der Schaffner kommt. Die rennen zum Zug-WC, gängen ins Männer-WC ein, zwängen sie ein. Die Frauen, die machen sich gemächlich auf dem Weg zum Frauen-WC. Und am Weg kommen sie beim Männer-WC vorbei, klopfen sie und sagen, die Fahrkarte bitte. Danke. Danke. Vielen Dank.